Vielen Dank, meine Damen und Herren. Einer der Großen der deutschen Politik hat sich heute verabschiedet. Kurt Biedenkopf, der Erfinder von Sachsen. Er hat Dresden persönlich erbaut. Er hat Leipzig zumindest entworfen. Seine Frau hat es dann zu Ende gebaut. Er ist einer der ganz Großen der deutschen Politik gewesen und er wird wahrscheinlich auch weiter noch mit Rat und Veranlassung von Tats zur Seite stehen. Und man hat ihn zu Recht genannt, König Kurt. In der Tradition in Sachsen, König Kurt. Wir haben ihn nicht König Kurt genannt, sondern Mr. 15%. Ja, das Volk hat ihn, warum? Das Volk, das Gesinde, die Mägde, die niedrigen Stände, die Absinnttrinker. Ja, das alles brauchen Sie nicht, sonst funktioniert ein König nicht. Das ist die alte Theaterregel, den König spielen immer die anderen. Verstehen Sie? Die anderen müssen sagen, Majestät. Und mir ist es immer leicht gefallen. Ich habe nie Probleme gehabt zu sagen, hallo König Kurt. Was dann schwierig für mich war zu sagen, auch noch, oh, eure Lieblichkeit Paola. Damals, als wir diese beiden Schweizer, verstehen Sie, Spaß gestohlt haben. Die Show, die ich erfunden habe und die ich jetzt meinem Freund Frank Elstner übergeben habe. Ich habe ihn angerufen und gesagt, bitte Frank, mach es. Ich habe nie darüber geredet öffentlich, aber so war es. So war es. Egal, was in der Presse steht, ja, oder was die ARD behauptet. So war es. Und in Italien wurde gestern gestreikt. Acht Stunden, oder wie die Italiener sagen, zwei komplette Arbeitstage. Strecke. Strecke. Unser Bundespräsident, Johannes Rau, ist zur Zeit in Italien. Er ist wahnsinnig beliebt. In Rom haben schon die ersten gerufen, segne mich, Heiliger Vater. Also durch die Straßen, Spazierte. Helmut Zerlet! Und Band. Meine Damen und Herren, mein Gast heute Abend, und ich sage es Ihnen mindestens zweimal pro Woche, die erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Eine Sensation von null auf hundert. Vorher wusste man überhaupt nicht, dass es in Deutschland Gerichte gibt. Man dachte irgendwie, wer recht hat, zieht den Colt und sagt, buf. Ja? So wie Oli Kahn neulich, als dieser Spanier ihn angerufen hat in Madrid, wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Hat ihn am Telefon gesagt. Und er hat recht, oder? Was hat dieser kleine, armselige, spanische Radiomoderator, ihn nachts auf dem Zimmer anzurufen? Absolut. Carlo Oli, wenn du noch einmal anrufst, puste ich dir die Fresse weg. Und das gefällt mir, weil er scheint die richtigen Filme zu sehen. Das sagt man nicht irgendwie, wenn man irgendwie Romantik-Movies oder so guckt. Das ist schon Mardi-Movie. Wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Dieses Pusten ist das entscheidende Verb. Das ist in Pff, Pff, Bum, Usi oder sowas. Das klingt ziemlich abgesägt. Ich puste dir die Fresse weg. Wie das wohl im Training bei denen zugeht, oder? Heute Abend, meine Damen und Herren, eine Frau, die in solchen Fall sagen würde, okay, hängt ihn. Sie hat die Todesstrafe im deutschen Fernsehen wieder eingeführt und seither boomt unser Sender. Das muss man mal sagen. Eine einzelne Frau ist in der Lage, den ganzen Sender nach vorne zu bringen. Gestern Abend, gestern Nachmittag hat wieder jeder dritte Zuschauer, der mittags den Fernseher eingeschaltet hat, sie geschaut. Heute Abend bei uns, das Gesetz bin ich, Barbara Salisch. Noch immer werden in diesem Staat Wahlen abgehalten. Immer mehr Menschen fragen sich, wozu? Warum sagt man nicht einfach, übernehmen Sie bitte, Herr Biedenkopf. Was sollen wir tun, was halten Sie für richtig, oder? Stattdessen teure Wahlen, Plakate, Reden, in denen wir belogen werden. Ich habe das Gefühl, die Politiker belügen uns. Ehrlich? Ja. Ich glaube, dass die Politiker uns belügen. Wie gefällt Ihnen diese schonungslose Wahrheit? Ich habe langsam das Gefühl, die erzählt uns das Blaue vom Himmel runter, nur um gewählt zu werden. Und wenn sie dann mal gewählt sind, dann erinnern sich an nichts mehr. Habe ich recht? Naja, gut, okay. So, wahlberechtigt. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt heute 242, gültige Stimmen 224, Wahlbeteiligung 92,6 Prozent. CDU, CSU 57 Stimmen, das heißt 25,4 Prozent. Los Corruptos 31,7 Prozent. Die Partei, die uns den ewigen Frieden bringt, die nicht einmal weiß, wie man Waffe schreibt, 13,4 Prozent. Sag ich doch immer, radikaler Pazifismus macht sich bezahlt, oder? 13,4 Prozent sagen sie, jawohl. Jawohl, dafür, dass unsere Soldaten hier in Deutschland Auto waschen, anstatt sich irgendwo im Ausland aufzuhalten. FDP, es geht bergab. 19,6 Prozent. Woran liegt das? Nein, auf hohem Niveau. Ja, aber trotzdem, die waren wir bei 25. Ich finde, Westerwelle sollte sich im Schnäuzer wachsen lassen. Das könnte ihn wieder nach oben bringen. Und, was ist? Und auch so eine Ledermütze, oder was? Oh, yeah, I'm the great pretender. Auf der Wahlveranstaltung, oder? I want to break free. 20 Prozent, locker. Und, äh, die Altkommunisten von drüben, 9,8 Prozent. Freundschaft. Tolles Ergebnis. Scheinen viele hier zu sein, kaum einer hat gelacht. Habe ich die PDS schon mal diskriminiert? Nein. Wir haben ja einmal entschuldigt. Einmal. Einmal. Da habe ich mal erlebt, wie Dr. Theo Weigl, wir erinnern uns, mal in so einer Elefantenrunde. Früher gingen ja noch die Stars in diese Runde. Die Parteivorsitzenden persönlich, mittlerweile kommt ja auch schon die C-Jugend dahin. Und so, und dann wurde ja von, glaube ich, Herrn Biski irgendwas gefragt. Ich lasse mich doch nicht von diesem Altkommunisten von der Seite anreden. Ich kannte gar nicht den Begriff vorher, Altkommunist. Ich fühle mich irgendwie gut. Ja. Nicht vom Inhaltlichen her, aber so vom Rhythmus. Altkommunisten. Ich lasse mich doch nicht von diesem Altkommunisten von der Seite anreden. Meine Damen und Herren, gestern Abend habe ich hier mich kritisch geäußert zu Isch. Okay, dann fahre ich nach Hause, nehme ein Grünkornbrot zu mir. Ich baue ja zu Hause selber Brot an. Weil ich mich bewusst ernähre. Verstehst du, gesund ernähre ich jeden Tag Obst. Was ich an Obst esse, das gibt es ja überhaupt nicht. Ich setze mich vor meinen Fernseher, 4x8 Meter, 2000 Programme über Kabel. Und mache, das ist das Geräusch, wenn ich mein Fernseher einschalte. Die roten Vorhänge gehen zur Seite. Sämtliche Intendanten der deutschen Sendung kommen auf die Bildfänge und sagen, Was würden Sie gerne sehen, Herr Schmidt? Ich sage, wenn ihr mich das noch einmal fragt, puste ich euch die Fresse weg. Und dann schalte ich auf Seite 1, um das Movie zu sehen, nach dem Ende der Hochzeitsnacht. Oder das Ende der Hochzeitsnacht, oder wenn der Schleier weg ist, oder so ähnlich. Auf jeden Fall mit... Das Ende, mit Caroline Eichhorn und mit Kai Wiesinger. Ich sitze da, sehr spannend, plötzlich denke ich mir, ist das ein Werbespot, den ich noch nicht gesehen habe. Es macht... Und grissel, grissel und das Bild ist weg. Ich sage mir, Moment, kann es sein, dass Isch sich gerecht hat? Da fiel mir ein, meine Sendung ist ja noch gar nicht ausgestrahlt. Verstehen Sie, 18 Uhr aufgezeichnet, 20.15 Uhr gucke ich Ihnen einen Thriller an und um 23.15 Uhr kann Isch erst wissen, dass es mit Ihnen zu Ende geht, wenn Sie meine Show sehen. Sie können mir also nicht den Stecker rausgezogen haben oder einen Mitarbeiter mit langen Zähnen darum gebeten, dass er mir im Garten das Kabel annagt. Und ich schwöre es, dreimal ist mir gestern während dieses Krimis das Programm abgestürzt. Nicht nur dir. Nicht nur mir. Und ich stelle fest, eine solche Aggression auf Isch, mittlerweile in der Bevölkerung, dass man sich fast schon wieder schützen muss. Hier eine Mail von Annika aus Köln-Mülheim, die jetzt in Stuttgart studiert. Ebenfalls Ärger mit Isch. Und sie hofft, dass Isch nie in Baden-Württemberg Fuß fasst. Pech gehabt, da sind sie schon. Denn wir haben geforscht. Hat jemand von Ihnen auch schon Ärger mit Isch gehabt hier im Studio? Nein, ein Volk in Angst. Wie können wir eine Revolution in diesem Land auf die Beine stellen, wenn man sie nicht mal traut, den Kabelanbieter anzugreifen? Das ist immer so. Das war immer so. Also Nils hatte Probleme, Niki hatte Probleme. Auch mit Isch? Ja, natürlich. Ich frage, du sagst, Niki hatte Probleme oder was? Ich trage mal ins Klassenbuch ein. Isch hat versagt, oder? Nein, nur bei mir. Von 240 Zuschauern hat keiner Probleme mit Isch. Das ist die neue Woche, haben wir hier angefangen. Wer ist eigentlich dieses Isch? Wir haben das recherchiert. Isch ist eine Gesellschaft, 55% gehalten von Herrn Kellehen und die anderen 45% gehören auch der Telekom. Über Tochterfirmen. Über Tochterfirmen? Ja, ja. Über Tochterfirmen. Wie man so sagt, Tochterfirmen? Ja, so eine Tochterfirma, willst du genau wissen, wie die Tochterfirma heißt? Unbedingt. Okay. Thema heute ist? Die Kabel Deutschland GmbH. Das ist eine Tochter der Deutschen Telekom. Die hat 45%. Kabel Deutschland AG. Gab es doch schon mal Kabel New Media, liebe Aktionäre. Hat sich, glaube ich, per E-Mail verabschiedet, Walter Kabel. Bin dann weg, tschö. Euer Walter. Da gab es auch Säfte umsonst. Das sind diese ganzen Firmen, wo es Säfte umsonst gibt. Säfte, Kekse und Masseur am Platz. Wenn der Masseur zu Ihnen in der Firma an den Platz kommt, sollten Sie alles einstecken, was irgendwie nach Geld aussieht und die Firma verlassen. Das ist der Anfang vom Ende. Walter Kabel. Obwohl ihn selber, Gott sei Dank, glaube ich, mit 80... Walter Kabel? Hieße nicht Walter Kabel. Peter Kabel. Peter Kabel. Ganz sicher. Ah. Walter Kabel ist wahrscheinlich das Maskottchen von Isch. Das ist wahrscheinlich... Das ist so ein lustiger Hamster oder so. Hallo, ich bin Walter. Das ist vielleicht, weil die Söhne von Helmut Kohl Peter und Walter heißen. Hast du das verwechselt? Ne, die heißen nicht Peter und Walter, die heißen Peter und Walter. Peter und Walter. Das ist doch wirklich ein Unterschied, das muss man doch mal sagen. Das haben wir kürzlich mal beim Mittagessen festgestellt. Die meisten Namen sind scheiße. Das ist jetzt hart für Sie, weil Sie heißen auch irgendwie, ich weiß das. Aber auch wir heißen irgendwie, weil immer mehr Mitarbeiter bei uns werden Eltern in der Firma. Frauen kriegen Kinder, Männer werden Väter und so weiter. Und dann sagt, wie heißt dein Kind? Und dann sagt das Kind, das ist okay, kaum geht der raus, ich sehe, und das ist auch scheiße. Gut, irgendwie muss man das Kind ja nennen, oder? Aber im Grunde ist alles irgendwo... Man sollte die Kinder durchnummerieren. 17, gerade her. Mit diesem Namen. Und es ist doch ein Unterschied, ob man so ein Walter heißt oder Walder. Das ist ja auch Region. Zum Beispiel der Name Oliver. In Italien, sensationell. Oliver. In Süddeutschland, Olivo. Olivo, zieh mal dein Anorak an. Ja, oder Patricia. Patricia. Ja, oder hier. Ich schwöre dir, ich habe früher von einer Kollegin im Kabarett den Satz gehört, die hat in Bonn gejobbt in der Uniklinik. Da hat die auf dem Flur der Uniklinik Bonn den Satz gehört, Herr Doktor, Ming Soraya, keine Trisse. Da bist du doch als Kind erledigt. So, das zum Thema, es ist nicht einfach einen Namen zu finden. Wir geben aber demnächst mal eine Liste bekannt mit Namen, die überhaupt nicht gehen. Die einfach wirklich gar nicht gehen. Auch mit Straßen, wo man nicht wohnen darf. Oh ja, oh ja. Also Straßen, die irgendwie so ganz schlimm irgendwie so... Goldkilchenweg. Walter von der Vogelweiteweg und so, wo man irgendwie so... Oder auch so Lyriker, die irgendwie auch überhaupt keiner kennt. Zu Recht natürlich. Zu Recht, weil sie nie das Volk erreicht haben. Wer nicht 10 Millionen Leute erreicht mit dem, was er macht, sollte überhaupt zu Hause bleiben. Tu ich ja, ich sende ja von zu Hause, das wissen Sie nicht. Da unten sitzen zwei Hamster von Isch und betreiben den Strom. Hier unter meinem Keller. Was Sie da sehen, ist mein Wohnzimmer. Und Herr Andrag sitzt in der Garage. Getrennt durch eine Glaswand. Das ist der neue Trend Milchglaswände. Das sieht man jetzt auch überall. Milchglaswände, wohin man guckt. An Schränken, an Türen, auf Tischen, überall. Milchglaswände. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Und das mit Isch scheint nur mir so gegangen zu sein, oder? Nein, ganz vielen. Also während der Probe haben mindestens 10 gleichzeitig geschrien. Aus unserem Team? Ja, ganz genau. Ja, aber auch gut, die schreien natürlich aus Solidarität. Na, denen ist das schon passiert. Eigentlich ist es mir auch wurscht. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, meine Damen und Herren. Ich kann mich nicht allzu lange bei Einzelthemen aufhalten, denn wir haben hier einen reichen Katalog von Themen heute abzuarbeiten. Und zwar, Köln ist Weltmeisterstadt. Ja, und Herr Antark hat übrigens eine interessante These, warum der 1. FC Köln den Klassenerhalt noch schafft. Also warum ist klar, weil die anderen noch schlechter sind im Zweifelsfall? Hört, hört, würde man jetzt im Bundestag rufen. Das ist nur die Frage, wie. Ganz wichtig ist, dass sie das nächste Spiel in Dortmund verlieren. Das könnte zu schaffen sein, ja. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wenn sie nur einen Punkt holen würden, und ich gehe davon aus, dass Leverkusen gegen Bremen gewinnt, dann wäre Leverkusen ja schon vorab Meister. Und dann saufen die, bis der Arzt kommt und strengen sich in Nürnberg die Woche drauf nicht mehr an. Und dann könnte Nürnberg wieder einen Punkt holen. Nürnberg darf aber überhaupt gar keinen Punkt mehr holen, damit wir nicht absteigen. Also es ist besser, in Dortmund zu verlieren und danach die beiden Spiele zu gewinnen. Nürnberg holt überhaupt keinen Punkt mehr, das ist eh klar. Und dann steigen wir nicht ab. Warum gewinnt man zwei Spiele, wenn man in Dortmund verliert? Ja, in Dortmund darf man verlieren. Ja, und wer kommt da noch? Freiburg und Auswald sind Cottbus. Freiburg braucht noch jeden Punkt. Ja. Das wird ein Kampf bis aufs Messer. Ganz genau. Interessante These. Ich werde darüber nachdenken, wenn heute Abend bei mir das Bild wieder ausfällt. Aber ich finde, der FC sollte absteigen. Die Haie, das ist eine Mannschaft. Die Haie, das sind Winnertypen. Der FC sollte absteigen und sich in aller Ruhe regenerieren. Bei Spielen gegen Detmold und in aller Ruhe neu aufbauen. Die Besten gehen ja eh weg. Das heißt, das Team bleibt komplett im Wesentlichen. Einer geht nach Leverkusen. Wie heißt der? Balipsch? Ist der toll? Ist der toll? Was ist mit dem einen hier, der da in dieser Strickweste Werbung macht gegen Taschendiebstahl? Auf der Plakatwand vorne eine Kurve. Lotti, oder wie heißt der? Wer ist der? Dirk. Dirk Lottner. Ja. Das ist toll hier, der macht so Plakate. Zusammenstern nicht wieder, Jan. Also Kölner lassen keine allein. Das ist ja, also ich empfinde es als Drohung, aber es ist, das ist so, also man kennt sich, man hilft sich, man stammt zusammen, egal was auch passiert. Ja. Und da macht Lotte auch Werbung. Ja, genau. Wogegen ist das? Gegen Weggucken. Gegen Weggucken, ja. Also nicht nur beim Spiel, sondern auch, natürlich bei Kriminalität und so. Genau, genau. Und das hat die Set, da macht er Werbung. Während andere vielleicht sagen, nochmal eine Flanke üben. Aber ich finde es toll. Nein, nein, das klingt so negativ. Ich finde das toll, weil das ist wichtig. So, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute nochmal zum Trost für die nicht Werbestadt Düsseldorf. In Frankenheim, alt. Immer mehr Ratten bei der FAZ, meine Damen und Herren. Was? Ach, raten! Ich dachte, was ist das denn? Ich lese hier FAZ und raten. Nein, raten. Raten. Das große Ratespiel. Welcher Sender? Fönix. Tagesschau mit Gebärdendolmetscher. Hervorragend. Ach so. 2015. Ja. Das große Thema, das auch heute noch durch die Presse geht, die große Trauer, die Wut, die Enttäuschung, die Verzweiflung, warum einige Städte nicht zu WM-Städten ausgewählt wurden von Franz Beckenbauer per demokratischen Computerbeschluss. Und wir haben festgestellt, unsere Oberbürgermeister sind eigentlich fantastisch. Die können was, die haben es auch nicht einfach, die Kommunen werden immer ärmer, aber sie haben eine tolle Figur abgegeben, als sie hochgekommen sind und viele kennt man gar nicht. Und deswegen heute unser neues Spiel. O.B. hier, O.B. da, sag, wie heißt der, la, 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 rat den O.B. Rate den O.B. Ja, ein tolles neues Spiel. Das, und das muss man ehrlich sagen, ich freue mich als Erster, es bekannt geben zu dürfen, in Serie gehen wird, wenn es heute ankommt. Ja. Rate den O.B. Der erste Kandidat ist Helmut. Wir zeigen Helmut verschiedene Oberbürgermeister. Und Helmut, sagt uns bitte, wer es ist und vielleicht noch im Idealfall von welcher Stadt. Okay. 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 O.B., ab bitte. Wir sind wirklich nicht nur froh und mutig, sondern wir haben eine gute Mannschaft, einen guten Präsidenten, einen guten Trainer und ich glaube, manch eine Bundesliga-Stadt wird sich noch über *** verwundern. Hm. Oh. Wer ist das? Du kannst ja auch immer ein bisschen vom Dialekt oder von der Gesamtausstrahlung. Ja, ja. Das ist so eine, glaube ich, so eine Le Corbusier-Brille. Ja. Sehr viele Architekten haben die. Wer solche Brillen hat, trägt häufig auch Breitkorthosen. Um auf Baustellen irgendwie zu sagen, und da kommt dann das Milchglasfenster rein. Aber es ist kein Architekt, sondern... Aber den Dialekt habe ich kaum rausgehört. Ja, und das sollte... Genau das ist es. Wo spricht man angeblich das beste Hochdeutsch? Ja, so Hannover. Ja! Ja! Fantastisch! Dr. HC Herbert Schmalstieg. Herr Dr. Schmalstieg, der nächste Bürgermeister, bitte. Ich möchte ganz herzlich Dank sagen dem Egidius Braun. Ohne ihn stünde ich jetzt nicht hier oben. Und herzlichen Dank auch an die Bundesregierung, Otto Schily, für die große Unterstützung. Der sechselt ein bisschen, ne? Und ich glaube, die einzige Stadt, die im Osten überhaupt mitmacht, ist Leipzig, ne? Fantastisch! Dr. Wolfgang Tiefensee aus Leipzig. Der nächste, eine Dame. Wir sind eine Stadt, die seit Jahrhunderten mit dem Fremden und den Fremden freundschaftlich umgeht und als Bereicherung das empfindet. Und wir sind gewohnt, Gastgeber mit der Welt zu sein. Und wir werden die Urbanität mit der Gemütlichkeit der Stadt hier zeigen können. Bambel und Biotech, das schaffen wir. Einfach. Bambel, ja klar. Weißt du, wie die Dame heißt? Mh, mh, mh... Ich hab's gerade hier gehört aus meiner Band. Rot heißt die. Petra Roth, zwei Punkte für Helmut, vier Punkte schon insgesamt. Und wieder mal ist es für uns eine große Freude, Sie mit der Kultur Europas vertraut zu machen. Diesmal mit der Kulturhauptstadt Europas. In diesem Jahr, und das ist welche Stadt? Brügge. Brügge. Vielen Dank. Berühmter Satz aus dem Drehbuchseminar, hab ich mal gehört. Viele Anfänger fangen ein Drehbuch an mit dem Satz, Brügge brennt. Warum das denn? Nein, weil das einfach herzustellen ist. Das kostet nicht viel. Ach so. Das wäre, wenn du zum Beispiel schreibst, Walter, setz dich auf eine Bank. Das ist teuer, da brauchst du eine Bank und einen, der Walter spielt. Aber wenn in deinem Drehbuch als erster Satz steht, Brügge brennt. Okay, das ist jetzt Film in seiner Sprache, aber muss auch mal sein. Es muss alles seinen Platz haben. Ja? So, wir stellen Ihnen Brügge vor und eine große Fan-Eig-Ausstellung in Brügge. Genau. Und Sie wissen, das macht traditionell eine charmante Kollegin. Und jetzt kommt die große Überraschung. Sie weiß nicht, dass wir Sie überraschen, meine Damen und Herren, denn sie hat heute Geburtstag. Und wir schalten jetzt nach Brügge zu unserem Geburtstagskind. Bitte? Ah, oh, wir haben ja einen musikalischen kleinen Vorspann für Sie. Oh, Madame Nathalie. Oh, Madame Nathalie. La, 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 la. Madame Nathalie, oh, Meuse. In Brügge jetzt. Hallo, Nathalie. Und herzlichen Glückwunsch, bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Nathalie. Happy birthday to you. Merci, merci. Hast du schon ein bisschen gefeiert? Hast du ein bisschen gefeiert? Wer war die Frau da hinten gerade? Hast du die gesehen? Sag mal, Nathalie. Meine Kollegen haben mich eine kleine Tochter mit einer Kerze gegeben. Ja, das ist schön. Sag mal jetzt mal ganz ehrlich, bist du wirklich in Brücke oder ist es hier um die Ecke? Guck mal, wir sind in Brücke. Guck mal, diese Häuser. Das ist Brücke, wie man es kennt? Ja. Was sieht man denn auf der anderen Seite? Oh. Das ist eine Kirche. Ja. Und es gibt eine kleine Brücke, weil du weißt, es gibt viele Brücke in Brücke. Ich dachte sogar, dass Brücke bedeutet Brücke. Ja, aber? Aber nein, das bedeutet Hafen. Aha. Das kommt von einem skandinavischen Mittelalter Wort. Ja, Brücke, Hafen im Mittelalter. So, was merkt man denn so in dieser Metropole von der europäischen Kulturhauptstadt? Ja, wir haben zum Beispiel zurzeit eine super Ausstellung von Van Eyck und nicht nur von Van Eyck, sondern auch die anderen Maler von Südeuropa. Weil er hat einen riesigen, großen Einfluss über die südeuropäischen Maler gehabt. Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Aha. Welches Jahrhundert? Welches Jahrhundert? Ja, 15. und 16. Jahrhundert. Also er hat zwei Jahrhunderte beherrscht. Können wir mal ein Bild von ihm sehen? Also Van Eyck sagte mir vorher überhaupt nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich kannte nur Peter Van Eyck immer, früher in diesen Krimis. So, der deutsche Gentleman. Hast du nie gehört? Man sagt oft von Eyck, dass er die Höhlenmalerei erfunden hat. Die Höhlenmalerei? Ja. Ach, die Ölmalerei. Ölmalerei. Ja, das habe ich gesagt. Ja, ich kenne ihn dann natürlich noch aus seiner Zeit mit Tina Turner. Wufftata. Aber es ist sowieso nicht wahr. Er hat nicht das erfunden. Er hat sie nur verbessert mit Terebantin. Mhm. Und weil vorher es gab Eier in die Farbe. Ja. Aber das war nicht so flüsslich. Jetzt, dann, es gab Terebantin. Und er könnte ganz gut die kleine Detail malen. Ja. Weil guck mal, es gibt viele Details. Wie heißt dieses Bild? So zum Beispiel. Oh, er heißt Madonna des Jurys van der Palle. Hm. Und das, guck mal, hier ist ein Detail. Es ist ein Papagei. Weil Van Eyck war ein freier Geist. Ja. Und er hat sich ein bisschen gefallen von der göttlichen Art und von den ganzen Symbolen. Weil das bedeutet, das ist die Seele. Und vorher die Seele war von einer Taube geschildert. Und das ist ein Papagei. Weil der Papagei kann sprechen. Und du kannst mit deiner Seele sprechen. Ja, aber... Verstehst du, was ich meine? Ja, aber der Papagei plappert ja nur nach. Wenn meine Seele sage... Ja, aber das... Wie fühlst du dich? Oh, meine Seele. Und ich glaube, er war auch ganz gut im Machen. Guck mal. Oh. Dieser Typ da. Ja. Ja, er ist der da. Warte mal. Der da. Ja. Ja. Okay. Ja. Es ist kein... Es ist... Es ist ein Chanouane. Bitte? Es ist ein Hochpriester... Ja, ja. Es ist ein Hochpriester von Brügge. Ja. Und er wollte sich wichtig machen und er wollte neben die Madonna sein. Aha. Und Van Eyck hat gesagt, kein Problem. Und dann viele andere Leute wollten neben die Madonna. Weißt du, was ich meine? Das war ein guter Marketing-Trick, finde ich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Doch, aber es ist die Rache für diesen Papagei. So. Können wir noch was sehen? Was ist denn das mit dem blauen, der mit diesem blauen Tuch? Ah, das ist sehr wichtig. Das ist auch von Jean Van Eyck, weil er hatte auch eine sehr wichtige Rolle. Er war ein bisschen Ambassadeur von Philippe de Bourgogne. Ja. Und er sollte sehr oft irgendwo in Europa ein Portrait machen, um eine Hochzeit zu organisieren. Zum Beispiel. So. Nicht der da. Aber das ist auch wahrscheinlich eine. Weil wenn du guckst, es gibt einen Ring. Da. Ja. Ja. Ja, ja. Jetzt sieht man ihn. Und zum Beispiel für Philippe de Bourgogne. Für Philippe de Bourgogne. Er ist nach Portugal gegangen und er sollte ein Portrait von Isabelle da Urgell machen. Und du kannst dich vorstellen, die Verantwortung. Wenn du machst ein zu schönes Portrait, der Typ denkt, wow, sie ist super schön. Und wenn du ein Portrait ein bisschen zu lala machst, die Frau ist beleidigt. Ja, eben. So, das war ein bisschen schwierig. Ja. Das weiß man alles gar nicht. Das ist ein Nachfolger. Oh, wer ist das denn? Von Van Eyck. Portrait eines Angehörigen des Antoniter Ordens. Ah, des Antoniter Ordens. Guck mal, wo es seine Ringe ist. Ich habe das gleich gemacht. Es gibt viele Bilder, wo die Ringe da sind. Ja. Und da gibt es viele Symbole. Das ist ein Symbol von der Order. Ja. Und diese Blumen bedeuten auch etwas, aber ich weiß nicht was. Ja. Nathalie, das ist sehr, sehr interessant. Bleibt ihr heute Abend noch im Buch? Das ist ein Franzose. Oh. Naja, den interessiert uns nicht so. Es ist Westenglisch besser für dich. Wer ist das? Wer? Man sieht die italienische Influencer. Jean Fouquet. Jean Fouquet. Wie heißt denn dieses Bild? Äh, dieses Bild heißt Madonna mit Kind. Und diese... Ja, so. Und guck mal, eine letzte Bemerkung, sehr wichtig, Arald. Weil diese Ausstellung hat auch eine wissentliche Richtung. Ja. Und ich will eine wissentliche Bemerkung machen. Ja. Guck mal, man kann sagen, viele Porträte von Frauen zeigen ein bisschen die gleichen Gesichter. Ja. Und das ist eine Beweise, dass damals diese Probleme mit Adele waren. Du weißt, sie haben sich alle miteinander heiratet. Ja. Und die Leute waren ein bisschen komisch, weil die Blut war nicht frisch genug. Sie war blau. Sie war, du weißt? Ja. Und wenn du guckst, diese zwei Frauen, sie sind super ähnlich. Obwohl sie keine Verwandte sind. Ja. Ja, ja. Ganz ähnlich. Findest du nicht interessant? Bitte? Wie bitte? Findest du nicht interessant? Hallo. Ich war doch wahnsinnig interessant. Mir ist so diese Ähnlichkeit nicht so aufgefallen. Aber du hast recht. Doch. Ja, das sehen sie doch nicht ähnlich. Nein. Überhaupt nicht, oder? Doch. Also in gewisser Weise sehen sie. Es ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Aber jetzt nicht, dass sie sich ähnlich sehen. Also schon. Nathalie. Ich glaube schon. Das war sehr interessant. Bleibt ihr heute Abend noch in Brügge? Oder fahrt ihr schon zurück? No. Sie fahren nach Köln. Ihr fahrt nach Köln. Das heißt, ihr feiert ein bisschen im Auto. Ja. Ja? Viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr alle morgen wieder wohlbehalten hier seid. Dankeschön. Und ein toller Eindruck aus Brügge. Tschüss. Und von der fantastischen Van Eyck Ausstellung. Vielen Dank. Nathalie. Mein heutiger Gast ist der erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Und demen.